telltale games und mojang und damit herzlich willkommen zu einem neuen display zu let's play minecraft story mode wie lange habe ich mich auf dieses spiel gefreut es ist einfach gestern erschienen und es wird direkt let's play blind wie ihr und je wir klicken zum beginn eine verbindung wird hergestellt und ja was soll ich sagen telltale games adventure fünf episoden werden erscheinen die erste episode ist gestern erschienen und wir können endlich durch starten eine spannende geschichte erwartet uns im minecraft universum ich habe mich richtig darauf gefreut und es wird einfach mega epic ich glaube einfach daran okay ich weiß nicht warum aber ich glaube einfach daran ich persönlich bin ein großer minecraft fan spiele auch persönlich auf einem server von einem kumpel und mir wir haben da so ein kleines geiles städtchen erbaut was ihr vielleicht in zukunft doch auf diesem kanal sehen werdet keine versprechen hier aber trotzdem starten wir direkt durch und spielen ein neues spiel und zum ersten mal in der telltale game geschichte können wir uns auch unseren charakter auswählen wir können uns auswählen ob wir weiblich welche hauptfall wir haben oder männlich sind aber wir bleiben natürlich bei unserem männlichen charakter der auch in den trailer verwendet wird und auch auf dem thumbnail zu sehen sein wird daher nehmen wir unseren kollegen hier und wir starten auch direkt durch mit der ersten episode der orden des staats ich freue mich deine entscheidungen bestimmt im verlauf dieser spielerei die geschichte hängt davon ab wie du spielst nichts built can last forever and every legend no matter how great fades with time with each passing year more and more details are lost until all that remains are myths half-truths to put it simply lies and yet in all the known universe between here in the far lands the legend of the order of the stone endures unabridged as self-evident fact indeed it is only a troubled land that has need for heroes and ours was fortunate to have so long ago four heroes such as these gabriel the warrior before who soared all combatants would tremble elli guard the redstone engineer whose machines would spark an ear of invention magmus the role who would channel his destructive creativity for the benefit of all and soren the architect builder of worlds and leader of the order of the stone these four friends together would give so much to gain their rightful place as four heroes their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the ender dragon in the end the order of the stone emerged victorious and the dragon was defeated their story complete they slipped away into the pages of legend but when one story ends another one begins would you rather fight a hundred chicken-sized zombies or 10 zombie-sized chickens yeah just to be clear you wouldn't have any weapons or armor so you'd have to fight them with your hands huh it's just a hypothetical question jesse so i've got a daylight sensor on the roof and if i did this right these lamps should turn on once it gets dark i didn't want to just leave ruben here with nothing while we're at the building competition he's coming with us really what kind of question is that of course he is okay i'm not saying he shouldn't come i'm not but don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go he kind of makes us look like i don't know amateurs but 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 i was your best friend i didn't mean anything by it i'm glad he's coming i just don't want to give people one more reason to call us losers i'm getting tired of it i'm tired of being a laughing stock we're don't take it so seriously jesse like i said i don't mean anything by it i'm just nervous you hear that oh nein oh no boom oh ho 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 oh man you guys totally freaked out now we're back ha 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 What's the matter with you great now i'm gonna smell like a pig inIG cool maske i thought we were buddies cool mask it is isn't it yeah very convincing ha 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 look on your faces Er sieht beeindruckend aus. Oh, Ruben. Ja, und da sind wir jetzt inmitten von Minecraft Story Mode. Und plötzlich muss man sich umzusehen und wer ist dem nicht zu bewegen, alles klar. Jede Entscheidung, Shift hast du gedrückt erhalten, um schneller zu gehen, alles klar. Jede Entscheidung, die wir treffen, kann Einfluss auf den Spielverlauf haben. Ob wir jetzt bestimmte Sachen zu anderen Leuten sagen, die werden sich dann daran erinnern und eventuell uns eine Retourkutsche geben oder sonstiges. Also, richtig gespannt. Hier hinten haben wir erstmal einen Banner. Gabriel, der Warrior. Denkst du, wir werden das immer famous bekommen? Das ist nicht unmöglich. Vielleicht werde ich famous für meine süßen Poster-Kollektion bekommen. Ja, ich bezweifle es. Zur Ruhe, öffnen. Ja, vor allem, wenn man zu einem Bauwettbewerb gehen will. Banner, Endercon. So viel weiß ich aus dem Trailer. Wir gehen zur Endercon. Ich bin richtig gespannt. Rüstungsständer. Eines Tages. Ja, Ruben. Hey. Gib mir einen Dragenroar, Ruben. Oh, süß. Das wird es tun, Ruben. Das wird es tun. Ist ja süß. Der Ruben. Der wächst mir jetzt schon ans Herz. Was haben wir hier noch so? Nichts mehr. Hier haben wir noch eine weitere Truhe. Mit einem Feuer. Feuerzeug. Sehr schön. Sehr schön. Okay. So können wir das System. Wir scrollen. Schere, Feuerstein und Stahl. und ein Holzschwirt. Und ein Holzschwirt. Sehr schön. Haben wir jetzt noch irgendetwas hier oben? Außer die Falltür, wo wir dann runter gehen können. Das ist alles. 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 Ja, Mann. Das ist alles. 's gonna get to meet him it doesn't mean anything if we but if we win oh man this would make up for all the losing meeting Gabriel would be a dream and an honor totally he's awesome it'd be amazing to meet him Reuben better be careful in that costume last time Gabriel saw a dragon it didn't so does this source of yours make posters for a living Ja, äh, hab Vertrauen. Also, I'm hungry to win. No, no, I'm with that. All right. Wait a minute, wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay then, so how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. You might be onto something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be better? I'm more scared of Enderman than Creepers. They both have their moments. They both have their moments. They both are scary. Then again, you scared the crap out of us with a creeper today. Ach, wir bauen den. All right, let's build the creeper. You're going with Axels idea? What's wrong with my idea? Nothing. It could be totally cool. It is cool. Yeah. I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. Dare to prepare on three. No, no, no. Preparing is daring. No, that's the same thing. Forget it. Team. On three. One, two, three. Team. Ja. Also, ich bin während der Konversation etwas ruhiger. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Aber ich will natürlich nichts vom Spielflair wegnehmen. So. Und Rumi ist sowieso der Süßeste von allen. Oh Gott. Der ist doch knuffig. Wir bereiten uns wirklich auf den Wettbewerb vor. Und um Gabriel zu treffen. Viel, viel sonst. Tippfische. Ah, komm her. So. Sehr schön. Wir sind vorbereitet. Das sehe ich. Gut kommt. Und ich habe mich übrigens für den Creeper entschieden. Weil Feuerwerk. Explosionen. Da passt ein Creeper doch sehr, sehr gut dazu. So. Stein brauchen wir auch noch einiges. Die Schere. Gut, dass wir die mitgenommen haben. Wolle brauchen wir natürlich für den Creeper. Außer wir wollen den natürlich aus Glas bauen. Aber das wäre nämlich... Bam! Oh ja. Wir sind bereit. Bereit für die Endercon. Wir wissen, was wir bauen. Wir haben alles für's. Wir sind so bereit. Dieses Jahr wird es anders sein. Ich bin nicht nur bereit, zu bauen. Ich bin bereit, zu gewinnen. Schöne Pug, Loser. Fängt ja gut an. Oh, great. There's Lucas and the Ocelots. The rivalry continues. Man, they've got matching leather jackets and everything. So cool. Well, well, well. If it isn't the order of the losers. Great. The fail squads here. Lucas, get a load of these losers. Let's go, guys. Name, please. Axel, and how do you do? No, your team name. Team name? We are not ready for this. Sehr gut. So much for losing anonymous names. Oh, the Schweins, aber ganz klar. We're the order of the pig. Really? Is it meant to tie us to Reuben? Or are you making fun of me? Okay, order of the pig. You guys are in booth five. Ah, Axel. Mach dir nix draus. Alles gut. Okay, good. Bye. Bye. Bye.